Hey meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ja, ihr seht richtig Minecraft Craft Attack dass ich das nochmal auf diesem Kanal sagen werde denn meine lieben Freunde, morgen ist der erste Craft Attack Aufnahmetermin das heißt die erste Folge Craft Attack 6 kommt am Sonntag soweit ich weiß um 9 Uhr morgens beziehungsweise ab 9 Uhr morgens dürfen wir hochladen und im Hintergrund läuft denke ich mal ein altes Craft Attack 4, 5, I don't know welche Staffel Gameplay für die Leute die auf meinem Kanal mich abonniert haben wegen Fortnite und nicht wissen was der jetzt abgeht diesen Kanal habe ich, beziehungsweise meine YouTube Existenz basiert eigentlich zum größten Teil aus Minecraft ich habe die letzten Jahre viel Minecraft gemacht auf meinem alten Kanal, den ich dann aufgegeben habe wegen Strikes der auch 300.000 Lenden hat da habe ich viel Minecraft gemacht, viele Craft Attack Staffeln, Varro, alles lief da drauf und auf diesem Kanal kam dann auch Staffel 4 von Craft Attack und Staffel 5 was ist Craft Attack? ich denke mal die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört haben für die Leute die keinen Plan haben es ist ein Minecraft Projekt mit sehr vielen bekannten YouTubern aus dem Minecraft Bereich wo wir uns, wo wir eine Welt betreten und zusammen quasi uns da alles, also eine Stadt aufbauen das lustige an diesem Projekt ist aber, dass es keine Regeln gibt das heißt wir dürfen machen was wir wollen, wir dürfen das Haus von einem kaputt machen also es ist wirklich so ein Krieg der Existenz und dieses Mal sind sehr viele Leute dabei eigentlich von den alten Teilnehmern sind eigentlich alle dabei, soweit ich weiß und ja, wie gesagt, ich weiß nicht ob ihr darauf Bock habt ich werde auf jeden Fall, neben Fortnite wird es fast daily eine Craft Attack Folge geben und auf Twitch TV, da stream ich ja immer da wird es auch regelmäßig Streams von Craft Attack geben da sehr viele in meiner Fortnite Zeit immer nach Minecraft gefragt haben ist denke ich mal jetzt durch Craft Attack perfekte Möglichkeit mal wieder Minecraft zu bringen und ja, ich gucke gerade auf dem zweiten Bildschirm im Discord da sind dieses Mal unter anderem Leute also Stegi ist dabei, der war noch nie davor dabei ich lese ein paar Teilnehmer vor, die neu dazugekommen sind weil die alten Hasen kennt ihr ja denke ich mal Dena war schon, also Dena ist auch dabei Simon, Spark of Phoenix Revy natürlich wie soll es eine Staffel ohne Revy denn auch geben dann Kadel ist diesmal dabei wird sehr lustig wie gesagt, richtig viel ihr werdet es dann Sonntag sehen wenn alle die Folge hochladen dann werdet ihr besser gesagt sehen ja, wer das dabei sein wird wenn ihr auch so gehypt seid wie ich lasst den Daumen fetzen und für Leute die keine Ahnung haben was auf euch dann zukommen wird lasst euch drauf ein es ist wirklich sehr lustig die letzte Staffel war ja vor einem Jahr fast zeitgleich im November letztes Jahr und das war auch schon sehr lustig die 24 Stunden Streams waren mega geil und ich denke mal wenn die Nachfrage da ist wird es bestimmt auch einen 24 Stunden Stream geben dieses Jahr vielleicht auch im Januar und ja in diesem Sinne weiß soll ich dazu noch was sagen Roleplay wird sich bestimmt im Laufe der Zeit entwickeln ich bin ja ein sehr großer Freund von Roleplay ich mag das aber in erster Linie wird es am Anfang mitten im Leben Minecraft Style werden das heißt wir werden uns da richtig auf den Sack gehen ähm ja ich weiß nicht was ich noch sagen soll ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen weil äh mehr gibt es dazu nicht zu sagen ich will jetzt nicht spoilern die Map wird relativ Craft Attack 4 lastig sein ähm für die Leute ich packe euch mal die komplette Craft Attack Playlist beziehungsweise es sind ja mehrere Craft Attack Playlist und Craft Attack 1, Craft Attack 2 und Craft Attack 3 gab es auf meinem alten Kanal ähm da könnt ihr auch reinschauen und auf diesem Kanal gab es mir Craft Attack 4 und 5 und ja ich will wie gesagt ich bin mega froh und dass die alten Leute auch wieder dabei sind das wird eine richtig und ja ich hab mir ein Weihnachtsbaum geholt weil ich bin so ein richtiger äh wenn es Winter wird also wenn es kalt wird dann bin ich so ein richtiger ich chill so gern zu Hause unter Decke zocke dies, das heißer Kakao Weihnachtsbaum genau und äh ja in diesem Sinne meine lieben Freunde haut da rein es wird auf jeden Fall der Plan ist Fortnite und also dass vielleicht sogar eventuell zwei Videos daily kommen durch diesen neuen Creative Modus in Fortnite werden wahrscheinlich coole Sachen noch in Zukunft kommen und ja Craft Attack Streams Fortnite Streams Craft Attack Videos beziehungsweise Minecraft Videos dann und Fortnite ich werde mal sagen das wird ganz cool der Monat und äh auch Januar und Februar werden dann damit gefüllt sein denn Craft Attack geht meiner Erfahrung nach Minimum immer so drei Monate unterhält sich das und das ist ganz cool ja in diesem Sinne meine lieben Freunde haut da rein lasst einen Kommentar da und äh bis zum nächsten Mal ciao